Hallo an alle Matrosen und Matrosinnen da draußen, ich bin's, Miri von Fettspielen.de und ich spiele heute Haberballt und ich habe mich bereits eingeloggt und hier haben mich auch schon wieder ein paar Freunde besucht. Okay, Dankeschön, vielen Dank, danke, danke, ja, weiß ich, danke. Okay, gut, dann gucken wir doch mal, Einfahrt gewähren, Einfahrt gewähren, Einfahrt gewähren, Einfahrt gewähren, Einfahrt gewähren. Ja, das können wir machen alles und ich hoffe, ich kann vielleicht mal bald mein Touristenpil bauen, es wäre wirklich sehr schön, hier können wir erstmal den Baum absebeln, den brauchen wir auf jeden Fall nicht und vielleicht auch mal eine Produktion starten, ja, die hier und die hier und die hier und die hier. So, letztes Mal haben wir ja den schönen Leuchtturm gebaut, da kommen auch schon meine ersten Schiffe, die tägliche Lieferung müsste auch schon bald kommen, gucken wir doch mal, ob wir vielleicht schon irgendwas erfüllen können, nein, können wir nicht, aber drei Bärer fähren, nee, da haben wir auch noch keine, müssen wir mal schauen, fertige Fischerboote ab, oh, war das jetzt, nee, nach Kroatien müssen die ganzen Schiffe, okay, gut, das weiß ich jetzt. Okay, dann werden wir das tun, die werde ich alle nach Kroatien schicken, meine ganzen Schiffchen und können wir noch irgendwas abreißen, nee, ne, ich muss hier mal ein bisschen rauszoomen, achso, das geht gar nicht mehr, bin schon draußen, bin schon, habe schon so weit rausgesoomt, wie nur möglich, oh, jetzt ist auch noch kaputt das Schiff, das gibt es ja gar nicht, Mann, so ein Mist. Ja, übrigens, wenn ihr mal Haberwald ausprobieren möchtet, das Ganze ist kostenlos und von Upjas, den Link dazu findet ihr, wie immer, in der Videobeschreibung, Anmerkung und Infokarte von diesem Let's Play Video. So, und Kroatien müsste das hier sein, ne, ja, und tschüss, so, erstes Schiff geht nach Kroatien, hier muss auch schon wieder was repariert werden, da die Holzproduktion, ist die schon fertig, ja, zack, das geht auch nach Kroatien, haben wir eigentlich den Käpt'n inzwischen gefunden, oh, hier, tägliche Lieferung, 500 Hafendollar haben wir dafür bekommen, das ist doch super, produziere, ja, den Kapitän haben wir schon mal gefunden, ne, haben wir noch nicht gefunden, den haben wir noch nicht gefunden, finde ich, M, da bin ich mir sicher, ich bin, ja, aber ich habe doch meine Schiffe schon überall hingeschickt, das kann doch gar nicht sein, okay, müssen wir mal noch gucken, vielleicht wird sich das Rätselslösung noch finden heute, wo sich denn der Kapitän versteckt hält, ja, was will ich bauen, ich gucke jetzt mal, ob ich vielleicht doch schon das Touristen-Pier bauen kann, aber das ist 1600, oh, 50 Hafendollar fehlen mir noch, das heißt, wir besuchen die Nachbarn und bauen endlich das Touristen-Pier, ja, wird auch mal Zeit, vielleicht hat sich Käpt'n Drösbert auch bei sich im Hafen versteckt, nein, hat er natürlich nicht, aber wir brauchen Geld, wir brauchen 50 Hafendollar, ich hoffe, oh ja, haben wir schon geschafft, juhu, ich kann endlich mein Touristen-Pier bauen, das gibt's gar nicht, Celebration Stars, come on, die, 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 hier it is, wird gebaut, ja, und das machen wir gleich fertig, zack, möchte ich, so, da ist es, yeah, und Achtung, deine Belohnung, wow, 3500 Hafendollar, 300, ähm, Erz, glaube ich, ne, 60 Erfahrungspunkte und 60, ähm, ja, Öl, Besitze Säbel, Sammler, Charakter habe ich. Besitze Seestandsammel, wir fertige Touristenschiffe ab. Ja, mein erstes Touristenschiff kann heute abgefertigt werden. Let's go. Wie mache ich das? Okay, ich muss, glaube ich, erst mal aus dem Baumodus raus. So, da. Die Abfertigungszahl an diesem Pier ist um insgesamt 0% verringert. Dies ist ein Tourist, mit der Mitbesucher aus aller Welt auch bei uns andocken können. Aber bitte nur in kleinen Gruppen, sonst wird es zu kuschelig. Yeah, das ist richtig cool. Das ist auf jeden Fall mal so. Jetzt schicken wir das da hin. Mein Touristenschiff legt ab. Anker haben wir gelichtet. Oh, das ist so cool, oder? So, hier schalten wir auch mal eine neue Produktion. Yeah. Jetzt können die Touris kommen. Meine ersten Touris. Mal gucken, wie die aussehen. Da bin ich mal gespannt. Okay. So, komm. Achtung, da ist es. Da. Jetzt seid ihr live dabei, wie meine ersten Touristen hier in meinem Hafen ankommen. Und sie möchten, sie möchten wirklich das Boot verlassen. Ja, das dauert auch ein bisschen länger. Seht ihr, das dauert 20 Sekunden. Das andere geht nicht so schnell. So, jetzt gucken wir mal nach Ländern mit M. Okay, das hier war mit M, ne? Nee, das. Montenegro. Wir schicken das Schiff nach Montenegro. Und das andere, das ist alles Malta. Ich glaube, in Malta war noch keins. Ich glaube, in Malta war noch keins. Okay, das hier kommt Türkei, Zypern, Portugal, Spanien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Belgien, Niederlande, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Schwäden, Norwegen, Finnland, Estland, Lettland. Wir brauchen noch ein Land mit M, hier, Moldawien, so. Die werden jetzt erstmal einen kleinen Ausflug nach Moldawien machen. Achso, das war gar nicht die Belohnung. Das war einfach nur, was ich erreichen kann, wenn ich das jetzt erfülle. Okay, meine ersten Touristen sind in Bearbeitung, sind an Bord. Und wir gucken jetzt mal, ich kann ja, vielleicht kann ich noch, kann ich noch was machen? Ja, ich kann hier auf jeden Fall noch eine Produktion starten. Dir fehlen noch 13, ich habe, höh, 3, oh, das ist so teuer? Okay, kein Wunder, dass die ganze Zeit mir Geld fehlt, wenn ich so viel produziere. Ich glaube, ich muss das mal lassen. Ich dachte nur, dass man dann immer schön die Energie verbraucht. Das war eigentlich meine Idee dahinter. Aber gut, wenn das so viel Geld kostet, dann werde ich das jetzt natürlich erstmal ruhen lassen. Das hatte mir, glaube ich, auch Techno-Fan geraten, dass ich nicht so viele Produktionen starten soll. Sondern nur wirklich, wenn es verlangt wird. Und wir haben ja auch hier einiges. Also wir haben genug Holz, wir haben genug Erz. Wir haben eigentlich von allem genug. Deswegen gehen wir jetzt mal zu den Nachbarn, zum Sonic-Surfer und gucken noch mal, ob der hier noch in seinem Hafen surft und was da so abgeht. Das Herz hier nehmen wir natürlich noch mit. Da kann man ja auch Ressourcen sammeln bei den Nachbarn, ne? Ist ja auch sehr hilfreich. So, hier haben wir auch noch ein Herz. Aber noch einer fehlt noch da. Ein Baum, da, der Baum. Ich habe ihn gesehen. Versteckt er sich hinter dem Pier? Ist das ein Pier? Nee, das ist kein Bier. Das ist kein Bier. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ah gut. Hier gibt es Herzchen, Herzchen, Herzchen. Haben wir noch Bäumchen, Bäumchen, Bäumchen? Nee. Haben wir noch irgendwo einen Baum? Da hinten, da steht einer. Aber die anderen sind, glaube ich, alle Dekorationen. Das heißt, wir können die nicht abbauen. Okay, dann sammeln wir... Oh, Moment. Wir sammeln das noch ein. Ja. Und dann gehen wir zu Kapitän Andi. Da ist ein Baum. Da ist ein Baum. Haben wir noch einen Baum? Oh, was mache ich denn hier? Da. Herzchen, Herzchen. Nee, das war es dann, glaube ich, auch, ne? Da ist noch... Doch, hier sind noch Bäume. Sehr schön. Hafen Andi. Hier befinden wir uns, ja. Beim Hafen Andi. Nee, im Hafen vom Andi, ne? So. Wir können die Einfahrt gewähren. So. Da kommt ein neues Schiff. Schiffsradar. Kommt rein in meinen Hafen. Ja. Meine Touristen sind am Start. Das ist doch so cool. Ich freue mich. Endlich hat mein Touristen-Pierbau geklappt. Und vielleicht könnten wir noch mal eine Dekoration oder so... Oder wie viel kostet das Upgrade hier von dem... Oh, 2.250 Hafendollar. Nee, wir gucken mal, ob wir vielleicht noch eine Dekoration bauen können. Was könnte ich mir da leisten? Eine grüne Hecke? Eine gestufte grüne Hecke? Den Leuchtturm noch ein? Oh, eine Palme hätte ich aber gern. Aber dafür reicht das Geld noch nicht. Den Zaun will ich auch nicht haben. Der ist mir zu langweilig. Und der Rest ist alles zu teuer. Also wir bräuchten 850 Hafendollar, damit ich hier meine Palme bauen kann. Ich hoffe, das funktioniert. Und ich denke, dass wir auch gleich das Schiff hier vielleicht auch noch zum anderen Land mit M schicken können. Dass wir endlich den Kapitän finden. Oh, das muss auch noch repariert werden. Oje, oje, oje. Okay, in der Zwischenzeit gehen wir zu Nachbarn. Und da gehen wir zu Bassman. Bei dem waren wir nämlich auch noch heute nicht. Da müssen wir natürlich mal einen Blick reinwerfen, was bei dem so abgeht. So, da werden die Bäume wieder abgesäbelt. Hier gibt es Herzchen zu verschenken. Die nehmen wir natürlich mit. Da gibt es Energie und Hafendollar. Sehr schön. Okay, Bassman haben wir abgearbeitet. Jetzt geht es zu Van Thomas. Wo ist er denn? Da. Da können wir was tun. Da können wir ihm helfen. Ja, bei ihm können wir ganz viele. Guckt mal, wie viele Touristenpiere er hat. Wow. Ja, ich habe nur eins. Aber ich bin glücklich, dass ich meine Touristenpiere habe. Endlich, ja. Das heißt, die Touristen sind am Start. Touri-Alarm in meinem Hafen. Und ja, finde ich cool. Endlich. Weil ich war so enttäuscht, dass das nicht geklappt hat und ich zu wenig Geld hatte und erst noch eine Gebietserweiterung kaufen musste. Oh, je, je. Aber das gehört natürlich zum Spiel dazu. Sonst wäre es ja keine Herausforderung. Das muss ja schon was passieren. Passieren beim Spielen. Oh, habe ich schon geholfen? Antifair? Ne, habe ich nicht, oder? Doch. Oh, doch, habe ich schon. Wo bin ich denn hier? Antifair? Ach, Sailor Winter war das, oder? Ne, wo war ich? Ah, Antifair. Okay, da war ich eben. So, hier gibt es einen Baum. Da gibt es ein Herzchen, Herzchen, Bäumchen. Und können wir noch was machen? Nö. Doch, hier sind Bäume. Zack. Ja, ist ein richtig cooler Tipp gewesen von TechnoFan. Dann vielen Dank nochmal für deine Tipps, die du mir immer schickst. Ich lese mir die natürlich auch durch. Und wir gehen jetzt zu David. Wer? 225. Ja, heißt er. David, wer? 225. So, Glort. 500. Ja, nicht Lort, sondern Glort. Oh, das war falsch. Hier, zack. Zack, zack, zack. Das gibt es schön, Herzchen. Vielleicht schaffen wir es ja heute sogar, ein Freundschaftslevel aufzusteigen. Wäre natürlich cool. Aber ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das was wird. Aber gut. Nichts ist unmöglich hier bei Harbour World, würde ich mal sagen. So, jetzt geht es zu... Ach, Trixi sind wir schon, ne? Ja, Trixi sind wir gerade. Jetzt gehen wir zu Mattes 06. Zack, zack. Ganz viele Herzen. Ja, sehr schön. Und Erfahrungen gibt das natürlich auch wieder. Und Hafendollar. Und ach, ist das nicht herrlich? Also ich finde es richtig cool, dass man hier bei Harbour World auch seine Nachbarn besuchen kann und da immer einen Bonus für bekommt. Das motiviert einen, finde ich. Da jeden Tag reinzuschauen und wirklich zu gucken, dass man seinen Nachbarn hilft. Weil die haben ja auch was davon. Nicht nur man selbst, ne? Sondern die Nachbarn auch. Also man handelt hier nicht nur zum eigenen Vorteil. So. Gut. Haben wir alles eingesammelt? Yep. Jetzt geht es zu Cherry TV. Wuh, 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 wuh. So, vier Stück. Da gibt es noch einen Baum. Ja. Gut, dann haben wir das auch. Ja. Sehr schön. Und wen haben wir hier? Teebucht. Wir befinden uns in der Teebucht bei Pharma 007. Hier wird immer ganz viel Tee getrunken. Ja. Deswegen auch Teebucht genannt. Gut. Wir gehen jetzt aber schon weiter zu Pla Alex, weil hier kann man gar nicht mehr machen. Hier können wir aber die Bäume noch absägen. So. So, so, so. Also ihr seht, man kriegt ja auch ganz viele Ressourcen. Ich glaube, das ist echt schlauer am Anfang, das Geld wirklich nicht so in diese ganzen Produktionen zu stecken. Da hatte TechnoFan recht. Weil, ja, sonst hat man ja nachher nichts mehr übrig für seinen Hafenausbau. Und lieber dann später Produktionen starten, wo man dann auch schon Upgrades und so gemacht hat. Wir gehen mal kurz nach Hause. Denn ich habe hier noch mein eigenes Schiff stehen. Und vielleicht, genau, wir können nämlich Einfahrt gewähren. Da können noch andere Schiffe reinkommen. Und vielleicht haben wir ja auch schon wieder Schiffe dabei, die wir zu einem Land mit M schicken können. So, okay. Wir gehen zu Drachi 12. Ja, da gehen wir hin. Wuhu. Hier sind wir. Die Tories sind am Start. Okay, Tesla 2222. Hört sich fast an wie Tesla. Tesla ist ja dieser Automobilhersteller, oder? Gibt es denn auch, ja. Also diese Elektroautos. Ich bin mal mit einem Elektroauto gefahren. War richtig cool. Auch von Tesla war das. Der sah aus wie so ein Lotus. War richtig geil. Und orange. Bei der Energieversorgung in Offenbach. Oder bei der Stromversorgung. Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in Offenbach. In meiner Heimat. Ja. Gut. Gut. Null, null. Null, null. Null, null. Null, null, null. Hier. Da noch ein Baum. Baum. Weg mit dir. Adios, Amigos. Und Les Andres. Waren wir da schon? Ja, da waren wir. Bei PH2711. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht reingeschaut. Aber, was mache ich denn hier? Mann. Das kann man, glaube ich, auch nicht ändern. Ne, wir gehen mal zurück. Und fertigen mal die Schiffe ab. Ja. Sehr schön. Das läuft hier. Bei mir im Hafen, würde ich mal behaupten. Okay. Oh, das muss ja auch repariert werden. Warum gehen denn alle kaputt, die Schiffe? Was ist denn da los? Oh. Quest erfüllt. Wuhu. Find den Kapitän. Wir haben ihn endlich gefunden. Yeah. Sehr schön. Und wir haben eine neue Quest. Achtung. Ich befand mich lange Zeit auf einer abgelegenen Insel. Und gerade hier auf dem Grund und Boden, wo wir uns nun befinden, vermute ich einen Schatz. Einen Schatz? Ähm, Kroatien war das andere, ne? Ja. Kroatien. Das muss da hin. Einen Schatz. Ja. Und was machen wir jetzt? Ich hatte gehofft, alleine hier auf dieser abgelegenen Insel danach suchen zu können. Mehr kann ich im Moment nicht verraten. Aber unser Weg wird uns nach Spanien führen. Begleite den Freund des Kapitän nach Spanien. Okay. Machen wir. Machen wir. Kommt er jetzt dann auch gleich hier in mein... Muss ich dann nach Spanien fahren? Äh, nee. Schick das jetzt mal nach Kroatien, oder? Woher weiß ich denn? Wie sieht denn der aus? Ah, nee. Wie sieht denn der aus? Der Freund vom Kapitän. Der ist aber, glaube ich, noch nicht da, ne? Der hat ja hier so ein Schiff. So ein komisches. Das kenne ich gar nicht. Das ist mir unbekannt, dieses Schiff. Ja. Da bin ich jetzt so ein bisschen überfordert. Aber gut. Wir sind doch nicht fertig mit unseren Nachbarn. D-d-d. Uiuiui. Ich habe ganz schön viele. Gebel Alina. Was geht denn da so? Nichts. Was geht hier? Bei Tirannele geht auch nichts. Äh. Hier geht auch nichts. Lulu. Achso, da sind wir schon gerade. Bei Zander 2.1 können wir einen Baum abholzen. Juhu. Das ist doch mal schön. Wenigstens etwas. Jetzt geht es weiter zu Alien Smash. Da wenigstens schon ein bisschen was gebaut bei sich. Susi. Eins, zwei, drei, eins. Hier können wir auch ganz viele Bäume. Ja, nur Bäume. Sehr schön. Gut, dass da so viele Bäume in der Zwischenzeit gewachsen sind. Sonst hätten wir gar nichts zu erledigen gehabt. Oh, das ist ein Reiterhofhafen. Und Frulles. Ja. Gut. Da können wir auch zwei Herzchen einsammeln. Sehr schön. Und PH 2.1.1. Da waren wir, glaube ich, schon. Genau. Jetzt geht es wieder zurück in die Heimat. So. Und wir lassen noch ein Schiff. Das müsste es sein, oder? Ist das das Schiff vom Käpt'n? Ja. Käpt'n nach Spanien. Dann werden wir selbst zum Touri. Ja. Nicht nur meine Touristen schon wechseln, sondern ich werde jetzt auch zum Touri. Und, ähm. Ja. Wo ist es denn? Wo kommt er denn? Da. Da. Das ist er. Das ist er. Wir fahren jetzt nach Spanien. Ah. Hola, Española. Komm. Bisschen schneller. Hier. Was ist das hier eigentlich? Ich weiß gar nicht, was das ist. Was können wir da machen? Ton wahrscheinlich, ne? Oder Sound oder so. Und der fährt nach Kroatien. So. Tourist. Anni ist mein Touristenschiff. Aber mit dem können wir nach Spanien fahren. Wir fahren jetzt mit dem nach Spanien. Ja. Schon zum zweiten Mal. Schon wieder heimgekehrt. Mein Schiff. Sehr schön. Da ist es. Da. Ich hoffe, die Touristen sind zufrieden. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Fahrt. Sehr schön. So. Drei. Zwei. Eins. Wuhu. Und ein Papagei haben wir bekommen. Habt ihr das gesehen? Jetzt gucken wir mal. Papagei. Jetzt fehlt noch ein Piratenhut und ein Fernrohr, dass wir hier unsere Prämie auch mal wieder einlösen könnten. Oder eine Meerestiersammlung natürlich. Krake. Das wird aber wahrscheinlich noch einen Moment dauern, nehme ich mal an. Oh, jetzt müssen wir warten, bis ich wieder Energie habe. Besitze. Genau. Besitze null von zwei Seesternen Sammelobjekte. Die haben wir jetzt natürlich nicht. Und ich kann das Schiff nicht wegschicken. Okay. Dann gucken wir doch mal in der Zwischenzeit. Ich kann ja noch was bauen. Ich habe jetzt auch Geld. 1.800. Gucken wir mal bei Deko. Da können wir noch Parkbank. Könnten wir bauen. Parkbank möchte ich aber nicht bauen. 1.800. 1.800. 450 Leuchtturm. Palme können wir jetzt bauen. Nee, das lohnt sich aber noch nicht wirklich. Einen roten Ahorn. Nee, ich möchte das lieber so zu einem Inselparadies machen, damit das so ein bisschen schöner, sonniger und ja, wie man es auch immer nennt werden wird. Upgrade starten. Das können wir nicht upgraden. Können wir das hier upgraden? Nein, das können wir auch nicht upgraden. Können wir das upgraden? Nein, das können wir auch nicht upgraden. Das hier aber, oder? Nein. Okay, wir haben eindeutig zu wenig Geld. Das können wir upgraden. Aber ich will jetzt eigentlich gar nicht die Produktion upgraden. Durch das Erweitern des Hafenamtes vergrößert sich ein Hafengebiet. Um dir steht mehr vielleicht so. Wie ist dein Büro? Wie kann ich denn nochmal meinen Touristenbonus erhöhen? War das mit Dekoration? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Uh, habe ich vergessen. Können wir hier was upgraden? Also 21.500 Hafendoller ist natürlich noch viel. Hier, nee, 2.250. Was machen wir jetzt? Wir bauen. Bauen wir was? Hafen. Gucken wir nach dem Hafen. Ich könnte noch ein Touristenpeer bauen. Fakt, wie er schwimmt da klein. Was wollen wir denn noch bauen? Level 14. Das dauert noch einen Moment. Wir könnten noch ein Touristenpeer bauen. Was haltet ihr davon? Wenn wir jetzt schon eins gebaut haben, dann kommt noch ein zweites dazu. Ja, das machen wir. Zack. Wuhu. Und wir haben, warum haben wir keine Energie jetzt bekommen? Ach so, weil ich das gebaut habe. Oh nein. Okay, dann muss ich das nächste Mal nach Spanien schicken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ihr Haberbold spielen möchtet, findet ihr den Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung, Anmerkungen und in der Infokarte von diesem Let's Play Video. Macht's gut und bis nächste Woche, wenn ich wieder Haberbold spiele. Tschüss, eure Miri. htl.